jetzt da meine ich auch noch auch noch eine verschlossene tür gibt ach wtf das ist voll dann ach ja auch gar nicht darunter gewusst eigentlich jetzt würde ich mir aber gerne meine seelen wiederholen ja 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 Das war's, wasserer war, oder? Jailer Clovis Die ist doch noch eine verschlossene Tür, oder? Ach ne, das ist die Tür. Fuck, wall ahead? Ich seh hier nix. Wie ging's denn hier lang? Aufzug, ich weiß keiner mehr, wo es hier lang ging. Ja, war nicht noch irgendwo eine Tür? Ach ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. ok jetzt können wir die seelen jetzt muss ich mir überlegen was ich jetzt mache war ja noch mal die tür die war ganz da macht es ja eigentlich sogar mehr sinn da macht es ja mehr sinn von von einer seite zu kommen ich weiß gar nicht von welcher seite weil es die profaned capital seite von der kommen müsste muss man von daher gucken da musst du nie vom welcher seite müssen da kommen von der kassen aus war das was warten noch mal da unten ich stehe gerade so ähnlich auf dem schlauch das war ganz unten im rüssel dann in der buche wobei vielleicht könnten wir durch dem aufzug runterfahren es ist ja aufzug ist er dafür das kann natürlich sein mich behindert gewesen das wird ins bunt verheiratet sind aber gut was soll's die durch durch die wand ja klar durch die wand getroffen ach was willst du von mir Nein. Ach fuck you man, es ist schwer, scheiße zu kurz ey. Oh, ich könnte so kotzen ey. Fickt euch alle, ich hasse Irithal Dungeon man. Ist wesentlich einfacher. Jedi Rope, mehr Shard ist nicht immer besser. Die sammle ich noch ein. So. Ich glaube mit dem Aufzug könnten wir da hinkommen. Da oben haben wir ja schon geguckt ne. Ja genau, hier sind wir doch. Ja richtig. Jetzt würde ich die auch alle wieder machen. Mal einen Poison Pfeil genommen. Ah, sie hat Poison bekommen, okay. Das war jetzt ungefähr 6 Pfeile ne. Ah, gegen Poison, dann macht die Poison nicht so stark. Gegen die. Vielleicht wäre hier aber das Astora Schwert besser. Dann können wir hier nämlich die gut auseinandernehmen. Dann gehen die uns doch nicht so auf den Sack. Mal wieder zu kurz. nein 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 ich musste nur einer erwischen So, immerhin So, hier oben ist die Tür Den will ich nicht wecken Ich bin gespannt Eine Person Oh, da bist du Ich dachte, dass du mich aber vergessen hast Wie lieblich Gut zu wissen, dass ein kleines Heretik immer wieder die Hände Ich kenne doch gar nicht Ja? Hm? Oh, du bist nicht einer von ihnen, oder? Ja? Ja? Ich habe dich verraten für einen von diesen Leechs Also, was ist hier Was ist hier? Das ist ein Land von monstrosities Und ich bin kein Exception Du bist hier, um mich zu retten Aber ich bin schuldig Ein witziger Kind Ist das etwas, du kannst du entschuldigen? Oh, ich hoffe es ist kein Fehler Oh, wirklich Du bist kein ordentlicher Mann Sehr gut Besonders Ich habe mich verraten von Verabschiedung Ich bin Carla Und ich akzeptiere deine Proposal Dann lasse ich in Ruhe Und wir könnten jetzt, ja Ich gehe lieber den Weg hier oben zurück Dann kommen wir nochmal zurück zum Bonfire Und dann gucken wir mal Oh, jetzt fährt er wieder runter, oder? Ne, jetzt auch nicht Okay Na doch an den Alpen vorbei Na, soll Ich renne einfach durch Was soll's Oh Wie die schreien Ist das ekelhaft Hups Hups Was ist hier los? Das war die Party Irgendwann ist dieser Schleimboy wieder So, und ich gehe jetzt mal zurück zum Firelink-Schrein Und sag mal Carla Hallo So Einen Moment Ich muss mir grad mal die Nase rastet grad wieder aus Okay Ähm Da ist sie, wo ist denn Carla? Wo finden wir dich denn am besten? Wo könnte sie sein? Ja, wir können aber mal die Asche abgeben, weil ich lese erstmal nach, was das so ist für eine Asche Ähm, das ist der Key-Item, ne? Ja, da unten ist er Prisoner Chiefs Ashes Shrine Handmaiden prepares new items Umbrella Ash of Prisoner Chief of the Catacombs With this, the Shrine Maiden will prepare new items The Prisoner Chief used his clout to hoard all manner of things, but died without putting them to use Ahah, helden member Escher Ah, well met, Ashe Ich hab'n neuer Umbrella Asher für dich Gracious Gracious Let this Ash This Ash This Ash This Ash This Ash Content wie? Ja! Ich hoff auch aqui Walls Icib's Jetzt schläge alte Frauen Nun, was hast du denn Schönes? Woodcranning. Könnte er neu sein? Slow's Equipment Degradation. Ich glaube, der ist nicht neu. Xanthus Trousers. Ach, Carla hat Sachen. Carla's Pointed Head. Das ist neu. Carla's Coat. Carla's Clothes. Carla's Trousers. Exile Mask. Das ist hier Smaug. Ah, Dancer. Dancer's Crown. Cooool. Crown worn by the Dancer of Beryl Valley. The mirage-like aurora wheel is said to be an article of the Old Gods, permitted only for direct descendants of the Old Royal Family. Armor worn by the Dancer of the Beryl Valley, the black eyes of the pontiff eventually transformed the Dancer into a beastly creature. Her armor fusing with her own hide. The black eyes of the pontiff. Also, der pontiff war dran schuld, dass die sich so verformt hat. Also, dass alle sich verformt haben. Ich verstehe. Könnten wir uns eigentlich auch kaufen. Was kann die denn so? Die ist recht leicht, auf jeden Fall. Und sieht eigentlich ganz cool aus. Der Helm zumindest. Er hat gute Frostresistenz. Glaube ich. 31. Und die zum Beispiel hat halt nur, weil es halt Elite-Nerdrüstung, die kann man nicht auch, die ist halt auch relativ schwer. Gibt es da neue Waffen? Der Komposite-Bow. Der Komposite-Bow. Dried Fingers. Er gibt nichts Neues, ne? Young White Branches können wir kaufen. Ambers. Ansonst ist nichts, ne? Der hat doch auch Titan Knight, oder? War das nicht die, die auch Titan Knight hat? Na hier. Bisher nur Large Shards. Kostet sogar 4000 Stück heftig. Irgendwann wird die wahrscheinlich auch Bring More Souls halt einmal. Irgendwann wird die wahrscheinlich auch andere Shards haben. Hier, der Typ ist noch nicht da. Falls er überhaupt zurückkommt, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es momentan, ehrlich gesagt. Da ist sie, hallo! Da ist sie, hallo! Wie gesagt, ich bin Carla. Und ich bin dankbar für dich. Jetzt, was soll wir tun? Die einzige Sache, die dich interessieren könnte, ist meine Sorcerie. Obwohl meine dunkle Kunst sind eine detestable Art. Das würde dich nicht interessieren, würde es? Vielleicht. Du bist ein witzig, nicht wahr? nicht wahr? Sehr gut. Die Menschen sind in der Nacht. Und du bist nicht anders. Und du bist ein witzig, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Beide auf, aber wenige Menschen sind in dieser Wissen. Lass es ein secret sein, zwischen dir und ich. Gerne. Gift Pyromancy Tome. Was haben wir denn da? Wir haben einmal Quilana? Oh, ein Pyromancy Tome, haben wir? Quilana, witzig, Isalith. Wow, das ist eine faszinierende Pyromancy. Sehr gut. Wenn das dein Wiss ist, werde ich das bestenswerten, wie ich kann. Besonders, es wird schön, zuerst spielen, zuerst spielen. Oh, ein anderer Pyromancy Tome, haben wir? Und einer, der mit dem Dunkeln resoniert. Ja, gut zu mir. Ich bin vielleicht ein heretischer Schraubiger, aber du bringst mir nichts, als Pyromancy. Fiendisch, kleiner Junge, du? So was kann ich dir das beibringen. Affinity, cast dark manifestation of humanity, strike with blade formed of humanity's darkness, dark edge. A forbidden dark sorcery strikes with blade formed of humanity's darkness. Passed from mother to daughter, this blade was intended for both protection and as a means of taking one's own life. The young girl never swung it more than once. Interessant. Forbidden dark sorcery, it appears to be an expression of envy or perhaps love towards another that will tenaciously pursue its target, even if, like so many human desires, it amounts to nothing but misfortune. Interessant. Ich stehe doch nicht dabei, wie viel damage das macht, ne? Dark edge würde mich interessieren. Das ist aber Sourcefilm, wir haben hier bisher nur Pyramacy gegeben. 30 int, das ist auch noch hochleveln, ich weiß ja nicht. Das braucht aber alles auch, das braucht alles auch, int, Intelligenz. Firewhip. Primal Pyramacy taught by Krelana, daughter of the witch of Isalith. Sweeps foes with a firewhip. The caster manipulates the flame at will, making this an extremely difficult spell to use. Pyramacy is at once the knowledge of controlling flame and the knowledge that control is possible. Primal Pyramacy taught by Krelana, daughter of the witch of Isalith, surrounds the caster with multiple pillars of flame. The raging storm is indiscriminate, such as the intrinsic horror of the flame. Advanced Pyramacy charms the enemy making them a temporary alley. The living are lured by flame and this tendency is elemental to the art of Pyromancy.